Mit Spielen wie Kena, Bridge of Spirits, The Ascent oder It Takes Two haben wir dieses Jahr schon ein paar sehr sehr hübsche Spiele bekommen und Marvel's Guardians of the Galaxy wird sich in diese Reihe wunderbar einordnen. Das kann ich jetzt sagen, nachdem ich endlich mal die PlayStation 5 und auch die PC-Version, die hier im letzten Moment noch eingetrudelt ist, ausgiebig spielen konnte. Für das letzte Vorschau-Video konnte ich ja nur Kapitel 5 durchspielen und auch noch nicht selber aufnehmen. Das hat sich jetzt geändert. Die Szenen, die ihr hier in diesem Video seht, sind von mir selber aufgenommen auf der PlayStation 5 und wie gesagt auf der PC-Version. Die PC-Version hat auch schon Raytracing-Effekte drin. Das wird es auf den Next-Gen-Konsolen erst zum Release oder vielleicht sogar erst mit einem Patch etwas später geben und dementsprechend sieht natürlich auch die PC-Version am besten aus, denn die Raytracing-Spiegelungen werden doch sehr sehr exzessiv in dem Titel genutzt und dementsprechend gibt es noch mal einen schönen Boost für die Optik. Allerdings kleiner Disclaimer, diese Version, die ich jetzt hier spielen konnte, ist noch nicht fertig. Der Day-One-Patch ist da zum Beispiel noch nicht drauf, über den ich auch schon ein bisschen was weiß, was da so an Verbesserungen bringen wird. Unter anderem bessere Performance. Aktuell ist zum Beispiel noch so, dass die Version, wenn man Raytracing aktiviert, auf dem PC einfach Memory-Leak hat. Also nach einer Weile bricht die Performance ein, dann muss man wieder zurück ins Hauptmenü, dann wieder in den Level hineinspringen und dann ist wieder alles okay. Aber das wird halt erst mit dem Day-One-Patch bereinigt. Das heißt aber auch, dass ich mit der Version hier noch kein richtiges Test-Video machen kann. Damit müssen wir noch warten bis kurz vor dem Release, der für den 26. Oktober geplant ist, auf PC, auf den Playstation-Konsolen, auf den Xbox-Konsolen und auch auf der Switch, die ich letztes Mal tatsächlich in der Vorschau-Version vergessen hatte. Denn das ist keine klassische Switch-Version, wo ihr dann tatsächlich überall und unter allen Umständen auf der Switch das Spiel spielen könnt, sondern eine Cloud-Version soll heißen, ihr braucht eine gute stabile Internetverbindung. Denn das Spiel wird, ähnlich wie bei Hitman 3 oder bei Control, auf die Switch gestreamt. Ist jemand da drin? Rocket? Was? Ich bin beschäftigt, Mann! Ist das meine Zahnbürste? Damit kommt man auch noch in die allerkleinsten Rinsen. Rocket, bitte! Halt's noch ganz kurz zurück, bin gleich fertig! Zu sehen gibt's in diesem Video Szenen aus den Kapiteln 4, 5 und 6. Und wenn ich sage Kapitel, dann meine ich das tatsächlich im klassischen Level-Sinne. Denn Marvel's Guardians, also Galaxy, ist ein Spiel, das man ganz klassisch von vorne bis hinten, also von A nach B durchspielt. Es hat keine Metroidvania-Elemente, wo man dann nochmal zurückgeht in Level, um irgendwelche Wege entlang zu gehen, die man nur mit bestimmten Gadgets oder so öffnen kann. Sondern man kann tatsächlich ein Kapitel nach dem nächsten spielen. Allerdings können sich diese Kapitel teilweise ein bisschen verändern. Also die große Geschichte verändert sich nicht, aber man hat als Spieler die Möglichkeit, an verschiedenen Stellen im Spiel Entscheidungen zu treffen. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, kann es sein, dass ein Level ein bisschen anders abläuft. Und das hier ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Hier sind wir in der Festung von Lady Hellbender. Und je nachdem, wie man sich vorher in einem Dialog entschieden hat, ist tatsächlich der Gameplay-Abschnitt dieses Kapitels. Und die Kapitel haben durchaus auch sehr umfangreiche Gesprächs- oder Erkundungsabschnitte. Aber der Gameplay-Abschnitt dieses Kapitels ist dann komplett auf Schleichen und auf Rätsel ausgelegt. Im Vergleich dazu, dass man das Ganze auch eher als Kampf-Level spielen kann. Aber das ist jetzt hier gerade der Rätsel-Abschnitt. Und auch das konnte ich am letzten Video noch nicht zeigen, wie die eigentlich aussehen. Oder zumindest ein Teil davon aussehen kann. Und hier sehen wir jetzt mal, dass ich bestimmte Energieverbindungen aktivieren muss. Die Rätsel sind also nicht allzu komplex. Aber Marvel's Guardians of the Galaxy ist kein reines Actionspiel, wird also regelmäßig auch von solchen Elementen unterbrochen. Meinst du, du passt in diesen Schacht? Wenn du ihn aufkriegst? So dehnbar bin ich nicht. So, ein offener Luftschacht. Jetzt haben wir Novakor-Besitz beschädigt. Nur ein bisschen. Was ich euch beim letzten Mal auch nicht zeigen konnte, weil das Videomaterial für die letzte Preview vom Publisher gestellt wurde und nicht selbst aufgenommen werden konnte, was sich jetzt geändert hat, sind mehr Szenen auf der Milano, also dem Raumschiff der Guardians, wo es zwischen den Missionen immer wieder hingeht und wo man sich dann mit seinem Team unterhalten kann. Oder wo das Team auch sich die ganze Zeit untereinander unterhält. Denn das ist eine große Stärke des Spiels, dass die ganze Zeit gequatscht wird. Man hat das Gefühl, man würde die ganze Zeit einen Film erleben, in dem wirklich ordentlich geschriebene Dialoge laufen, wo sich die Crew halt die ganze Zeit streitet oder zumindest unterhält. Und ab und zu kann man sich eben auch in diese Dialoge mit einmischen. Oder man kann dedizierte Dialoge starten. Teilweise abhängig davon, ob man zum Beispiel im vorherigen Level bestimmte Gegenstände gefunden hat und damit dann bestimmte Gesprächsthemen ja, sich eröffnen. Hey, wer hat dir erlaubt, das anzufassen? Ich geh auch nicht in deine Kabine und grabsch dein Zeug an. Was? Du hackst mein Visor und baust eine Anzeigetafel ein. Während ich schlafe. Hey, das war was anderes. Ich hab ihn verbessert. Weißt du im Übrigen, dass du schnarchst? Drax ist schon schlimm, aber wow. Quill. Damit solltest du zum Arzt gehen. Du klingst wie ein Tag. Okay, Leute. Let's do this. One catastrophe at a time. Das Ganze ist komplett vertont, natürlich auf Englisch, aber es gibt auch eine deutsche Sprachübersetzung. Und was mir immer sehr wichtig ist, ihr könnt diese Sprachversionen kombinieren. Also ihr könnt englische Sprachausgabe haben und trotzdem euch deutsche Bildschirmuntertitel anzeigen lassen, so wie man es auch von irgendwelchen Streaming-Diensten ja inzwischen gewohnt ist. Das funktioniert hier auch. Oder ihr spielt es halt einfach komplett auf Deutsch, wenn ihr das gerne möchtet, oder komplett auf Englisch. Und wie das so klingt? Tja, hören wir doch einfach mal rein. Und... Pop! Und... Pop! Und... Pop! Close enough. Move your asses, while you still got them! Move your asses! Move your asses! Did you suck it in that Groot? I have. Cracksdorf! See? Nothin'. You! Gamoore no killing teammates! Says who? It's literally in your contract. I made no such commitment. Wop! I am Groot. Und auf! Ha, reicht schon. Bewegt die Hintern, solange ihr sie noch habt! Ihr könnt ihn auf ein, Groot! Ich bin Groot! Dreads, Tür! Seht ihr? Überhaupt keinen! Du! Gamora keinen vom Team töten! Und wieso nicht? Weil das in deinem Vertrag steht! Ich habe sowas nicht unterschrieben! Ich bin Groot! Jetzt aber nochmal zu den Kämpfen selbst. Ihr steuert ja nur Peter Quill, also Star-Lord. Und ihr gebt den anderen Mitgliedern der Guardians Befehle. Deren Fähigkeiten schaltet ihr nach und nach über Erfahrungspunkte frei. Auch Peter hat ein paar Spezialangriffe. Und er hat die Möglichkeit, seine Waffe auf Elementarangriffe umzuschalten. Hier im Beispiel werden wir gleich einen Eisangriff sehen, der bestimmte Schutzschilde schneller deaktivieren kann. Und dann, wenn man das gemacht hat, kann man seinen anderen Teammitgliedern befehlen, zum Beispiel einen Gruppenangriff zu machen. Groot ist da ganz nützlich für. Der kann gleich mehrere Gegner mit seinen Wurzeln festhalten. Und dann sind diese Gegner geschwächt. Und daraufhin kann dann zum Beispiel Rocket eine Granate auf diese Gruppe werfen. und so eben auch gleich ein großes feindliches Team ausschalten. Gamora ist hingegen anfangs besonders nützlich, um einzelne Gegner schnell auszuschalten. Und Drax wiederum kann die Deckung, die einige der schwereren Gegner haben, so sehr schwächen, dass auch der Rest des Teams diesen Feinden Schaden zufügen kann. Und während solche Third-Person-Action-Adventure-Spiele wie das hier in der Regel ja prädestiniert sind dafür, mit dem Gamepad gesteuert zu werden, und das funktioniert auch wirklich gut, war ich wirklich überrascht, dass auch die Maus- und Tastatursteuerung, die man natürlich frei belegen kann, sehr beherrschbar umgesetzt ist. Gerade auch, was die Befehle ans Team angeht. Ich glaube, es wird sich heilen! Da Guardians ein sehr klassisches Singleplayer-Spiel ist, also auch keine Open-World bietet, wie schon gesagt keine Metroidvania-Elemente und natürlich auch kein Koop- oder Multiplayer-Modus, ist die Spoiler-Gefahr bei so einem Spiel relativ hoch. Die Trailer zeigen schon einige Locations und auch Figuren, denen man begegnen wird. Und natürlich muss man auch irgendwas in so einem Vorschau-Video wie diesem hier zeigen können. Nichtsdestotrotz an dieser Stelle nochmal eine kleine Spoiler-Warnung, denn jetzt zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Blick auf Nowhere, das als Location auch im Spiel enthalten ist. Und wer da jetzt nicht zu viel sehen will, kann jetzt schon abschalten. Alle anderen bleiben noch ein paar Sekunden dran und können einen Blick auf eine der eher erkundungslastigen Locations im Spiel werfen, wo man sehr viele kleine Easter Eggs entdecken kann. Keine Sorge, die zeige ich jetzt natürlich nicht. Und wo es auch in erster Linie um die Story geht und um das, was zwischen den Guardians passiert. Ansonsten ja, am 26. Oktober kommt das Spiel raus. Meine Meinung hat sich seit der letzten Anspielgelegenheit, seit dem letzten Vorschau-Video zu diesem Spiel nicht geändert. Ich glaube, dass das eines der besten Spiele des Jahres wird. Auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Lizenz-Umsetzung mit guter Technik, einem spaßigen Gameplay und insgesamt einer sehr hohen Produktionsqualität. Natürlich fehlt noch der Day-1-Patch, von daher das finale Urteil fällt erst im Testvideo. Aber bis dahin ist es ja auch nicht mehr weit. Und von daher geht es an dieser Stelle in einigen Tagen mit dem Urteil zum Komplettpaket weiter. fetal Aufregionen Schuh